Das Rhön-Schaf ist eine landschaftstypische Schafrasse der Rhön, kennzeichnend ist der schwarze, bis hinter die Ohren unbewollte Kopf. Das Rhön-Schaf ist ein mittelgroßes bis großes, hochbeiniges und hornloses Schaf, das hervorragend an ein raues Mittelgebirgsklima angepasst ist. Sein Fleisch gilt als zart, mild und würzig, es gilt als eine der ältesten Nutztierrassen Deutschlands. 1844 schrieb man in Akten des Hochstiftes Fulda. Das gewöhnliche Schaf des Rhön-Landwirtes ist ein gemeines deutsches Schaf in einer eigentümlichen Art, welches selbst im Ausland unter dem Namen Rhön-Schaf gekannt wird. Es ist gelb-weiß mit einem schwarzen Kopf ohne Hörner, trägt eine grobe, wenig gekräuselte, wenig elastische Wolle, ist von großem Körperbau, stark knochig und von großer Mastfähigkeit. Ab Ende des 19. Jahrhunderts ging der Bestand des Rhön-Schafes jedoch schnell zurück, bis 1960 nur noch etwa 300 Tiere in Herdenbüchern eingetragen waren. Danach setzte aber wieder eine Aufwärtstendenz ein. In der DDR wurde das Rhön-Schaf durch ein zentrales Zuchtprogramm systematisch zurückgedrängt. Man erkannte später jedoch den Wert der Schafrasse und gründete eine Zuchtgemeinschaft. Bis ins Jahr 2003 wuchs der Bestand auf 202 Birke und 6780 Mutterschafe an. In den letzten Jahren wurde das Rhön-Schaf im Zuge des Regionalmarketings in der Rhön zu einem Sympathieträger der Region. Heute liegt der Gesamtbestand im fünfstelligen Bereich. Ein skurriler Streit um das Comic Rhön-Schaf Rhön-Hilde, die Frage, ob die Figur mit schwarzen oder weißen Beinen gezeichnet und veröffentlicht werden dürfe, beschäftigte Rechtsanwält, einen Landrat sowie einen Bundestagsabgeordneten. Letztendlich konnte der Streit ohne die angedrohten Unterlassungs- und Schadenersatzklagen zur Zufriedenheit aller Beteiligter beigelegt werden. Das Rhön-Schaf wurde 1991 von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen zur gefährdeten Nutztierrasse des Jahres erklärt.